Wenn das keine nette Überraschung ist. Einen gestohlenen Wagen über die Staatsgrenze von Texas zu fahren, ist eine Straftat. Naja, meine Anrufe zu ignorieren sollte auch eine sein. Ja, ich entschuldige mich für die Funkstille. Hast du kurz Zeit zu reden? Nur kurz, klar. Ja, wir haben einen Einsatz. Und wann kommst du zurück? Ich weiß nicht. Ist alles okay? Ich bin schwanger. Okay. Ja, das wäre wohl einfacher gewesen am Telefon. So wie du reagierst. Also, ich... Ich... Okay. Ich rufe an. Ich werde dich anrufen. Ich rufe an, wenn ich wieder da bin. Sunny. Hey. Ja. Ist alles in Ordnung, Mann? Ja. Ist gut, im Team zu sein. Wieder vereint. Ja, ist gut. Ja. Ist ehrlich, alles okay? Für gewöhnlich hast du Schaum vor dem Mund und freust dich darauf, Schädel einzuschlagen. Ja, nur... Weißt du... Da braut sich... Braut sich was zusammen in Texas. Texas? Wir sind auf dem Weg in die andere Richtung. Ja, nur... Das könnte eine ziemlich wichtige Sache sein. Hey, was immer in Texas ist, das läuft nicht davon. Ich brauche meinen verlässlichen Neandertaler Einsatzbereiter. Konzentriere dich, okay? Stein. Gut. Ja. Ja, Sir. Auch, ist das deshalb sehr wichtig. Ja, aber... Ja, ist dasбacat. Vielen Dank.